Ey Leute, was geht? Ich mache jetzt ganz spontan einen Guerilla-Auftritt in der Clemensstraße zum neuen Album »Totgeburt« zum Song »Alles kein Problem«. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Los geht's. Jo, wir sind jetzt hier in der Clemensstraße. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ich habe jetzt hier meine Box. Da. Ich weiß gar nicht, es ist voll dunkel hier. Hier ist auch nichts los. Noch nichts. Aber ich mache das jetzt einfach. Was? Du machst jetzt hier irgendeine Session oder was? Ich mache jetzt irgendeine Session. Ich trete jetzt einfach auf. Ich schiebe jetzt das Teil irgendwo in die Mitte. Richtig witzig. Ich friere mir richtig den Arsch ab. Ich habe voll Angst, dass es umkippt. Keine Ahnung, was das ist, ne? Ja, okay. Geht los. Ich heiße Pilz und das nicht ohne Grund, du Nutte. Humus vorne kuscheln und ich pogo bis die Bute. Wenn es zwölf schlägt, gehst du lieber schlafen. Der Promille-Piegel steckt und jeder schiebt nen Harten. Keine Pseutenkriege wie Bielenstraßen. Jeden Abend klebt in Straße. Leben in der Hitkegasse. Bei den Kids bekannter als der Bürgermeister. Aber kauf mit Pantpang meine Krümel als Tipp. Mich interessiert nicht, was du denkst. Ich hänge Band aus Hütte prinzipiell nur mit der Game. Seit dem Wettestattgebot in ganz Deutschland. Und das geht mir alles so am Arsch vorbei. Sie machen auf hart, aber treff ich sie privat. Hab ich immer wieder schön die Elle reingejagt. Und ihr denkt das dann nicht wahr? Ja ne, schon klar. Was machst du für Fame? Bruder, was machst du für Fame? Bruder, was machst du für Fame? Bruder, 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 Bruder. Komm mal in die Gegend, wo ich leb, Bruder. Keiner kann sehen, was wir sehen, Bruder. Alles kein Problem, kein Problem. Bruder, 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 Bruder. Bruder, 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 Bruder. Yo, ich rede mit der Hand. Leg dich mit mir an und du kirchst an einer Wand. Tensi ist der Inbegriff von Primitivität. Deswegen muss ich meine Medizin ernähren. Ich bin im Web-Büro am Lindenplatz. Wenn ich mit einer 10-Narkotik-Gewinde mache, dann geht das Verlaubwürfe für alle. Weil ich kann a la carte nicht bezahlen. Klar, dass du mir dein Leben zu verdanken hast, wenn ich wieder geh und du noch atmen kannst. Ich hab keine Lust zu diskutieren. Fick dich oder feier mich, ich muss mich nicht erklären. Mit Arabs und Türken, in Rand und Zippen, den Tag genießen, kam mit dir. Das Erlebte hat mich hart gemacht und ich erzähle davon gerade was. Bruder, was machst du für Fame? Bruder, was machst du für Fame? Bruder, was machst du für Fame? Bruder, 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 Bruder. Komm mal in die Gegend, wo ich leb, Bruder. Keiner kann sehen, was wir sehen, Bruder. Alles kein Problem, kein Problem. Bruder, 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 Bruder. Unterwegs in der Nacht, cornern vom Telecafé in der Stadt. Dein Mädchen hat Angst, was im Beutel drin ist, hab ich eben gejuxt. Kurla! Kurla! Ura! Ura! Ura!